So, herzlich willkommen bei den Dikus. Ich war heute wieder am Caritas-Auto. Heute ist der 2.5.2022 und folgende Sachen haben wir eingekauft. Käse, verschiedene Wurst, Wiener, dann gab es verschiedene Ecken, verschiedene Joghurts, Fruchtzwerge, dann für den Olu und für die Villo, die sind ja Allergiekinder. Das habt ihr jetzt schon ein paar mal gehört. Genau so, Creme Frühlingsquark nehmen wir oft zu Pellkartoffeln, dann nochmal den Kartoffelsalat und fertigen. Da kann man die Wienerle schön dazu essen, Entschuldigung. Und Garnelen und Eier gab es heute und Creme Fraiche, ja Brot. Und dann Süßkartoffel, Rösti, schmeckt super gut, ess mal gerne, nehme ich auch mal fertig mit. Pfannkuchen habe ich heute auch fertig mitgenommen, wie gesagt, am Caritas-Auto ist das nicht so teuer, dann nehmen wir das auch mal so fertig mit, ansonsten, also die mache ich sowieso nicht selber, das hatte ich in einem anderen Video schon erwähnt, weil das sehr viel Arbeit ist, aber Pfannkuchen machen wir durchaus selber, aber am Auto nehmen wir die auch mal mit, weil es eben nicht so teuer ist, genau. Und da laktosefreie Milch, normale Milch, eine Duschcreme gab es heute mal, das sind immer so besondere Sachen und dann eben noch Obst und Gemüse. Ja, ich denke, die meisten kennen das. Genau, und dann unsere Tüte mit den Brötchen. Kuchen habe ich heute nicht mitgenommen, wollte ich heute nicht, genau. Und für dieses Ganze haben wir heute 20 Euro bezahlt. Also es ist immer ein bisschen verschieden. Genau, wir halten euch auf den Laufenden, nehmen euch jede Woche mit zum Caritas-Auto und wir freuen uns, wenn ihr die Glocke drückt, den Kanal abonniert und ein Like da lasst. Bis dahin, eure Degos. Bis dahin, eure Degos.